In der vergangenen Woche haben wir wieder viele Zahlen gesehen, unter anderem Commerzbank, Deutsche Bank und natürlich auch die Nachrichten rund um Airbus. Bei mir ist Arthur Brunner von der ICF Bank. Schön, dass sie da sind. Ja, wenn man so auf die Märkte guckt, scheint die Stimmung ja ein wenig gedämpfter zu sein, obwohl die Kurse Tennis ja so ein bisschen nach oben gezeigt haben. Die Stimmung ist zwar gedämpft, aber auch die Dividendentöpfe der Unternehmen sind prall gefüllt. Und die Anleger erwarten in diesem Jahr einen Dividendenregen. Also im DAX geht man davon aus, dass bis auf vier Unternehmen alle eine höhere Dividende ausschütten werden. Und das sorgt natürlich hier auch wiederum für gute Unterstützung an den Märkten. Gedämpfte Stimmung sehen wir auch, weil jetzt gerade auch wieder die Prognose rauskam. Rezessionen schrammen wir gerade vorbei. Es gibt die schwarze Null. Aber wie ist denn die Stimmung an den Aktienmärkten? Die Stimmung ist gar nicht so schlecht. Es wird viel schlecht geredet. Aber man geht davon aus, dass Deutschland in diesem Jahr doch mit 1,1 Prozent im Durchschnitt wachsen wird, was die Schätzung eingeht. Und das ist, glaube ich, nicht so schlecht, wie manche prognostizieren. Und ich glaube trotzdem, dass wir hier gut untermauert sind. Wie sollten sich Anleger in diesem Umfeld jetzt verhalten? Anleger sollten sich meiner Meinung nach auf größere Kursschwankungen einstellen. Man kann das auch mit einem VDAX zum Beispiel in den investieren, dass die Volatilität zunimmt. Ich würde mich auf jeden Fall auf beide Richtungen einstellen, dass es zu größeren Ausschlägen kommt. Weil es steht durchaus eine Einigung der Handelsgespräche mit China im Raum. Wenn das passiert, würde es die Märkte beflügeln. Genauso ist der Brexit nicht geregelt. Auch hier könnte Tendenz nach unten gehen. Also wir werden uns auf größere Schwankungen noch einstellen müssen. Das heißt Tendenz eher nach oben oder nach unten? Ich bin Tendenz eher optimistisch. Sagt Arthur Bonner von der ICF Bank. Danke Ihnen für diese Einschätzungen und danke Ihnen, liebe Inside Wirtschaft Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.